Okay Leute, ich habe keine Ahnung warum ST4 plötzlich die dritte Folge um 21 Uhr statt 0 Uhr hochlädt, aber gleichzeitig will ich mich auch nicht besperren, denn das bedeutet für mich offiziell, yippie hey hey, nicht mehr bis Mitternacht durchhalten. So und wir reagieren natürlich auf die Episode, ich bin gespannt wie es weitergeht auf unserer Fortnite Skylanders Welt, Skybreakers und ja, falls ihr meinen Twitter gesehen habt, habe ich schon einige Hintergrundinfos daraus geholt und ich will auch nicht länger darüber quatschen jetzt wieder, wir wollen uns die Show genießen, auch wenn ich jetzt natürlich zu spät bin, weil ich eigentlich um 0 Uhr das Ganze erwartet habe und diesmal auch kein primären Format verfügbar war. Los geht's Ja, die Camp ist ein bisschen schräg leider. Ich hoffe man hört mich nur gut. Here we go! Feine Season! Ja, kein Intro. Wieder mal. Und ja, wir sind hier ja ein bisschen online so wenig aufgebaut. Oh, sind das hier? Ah, das ist ein bisschen blüheide, zu schön. Die Stammer sind in Ordnung, völlig unkompetent. Ein bisschen wie Polar, ehrlich zu sein. Erzähl mir, was du wissen, und ich lasse. Ich weiß nicht, von denen du sprachst du, Villain? Die Roleplayers sind so Cringe. Du bist Cringe. Ich würde mal sagen, die wurden auseinandergenommen. Sie hat sich wohl ihr Schiff geholt. Sie hat sich wohl ihr Schiff geholt. Ach so, sie hat sich neues Schiff geholt. Ja, die Wunderfahrer. Du musst ein 100 Tutorial passen. Sollte aufpassen, wo er jetzt seine scharfen Sachen hin schmeißt. Er hat ja den einzigen Ronspeicher, den ich ausmacht habe. Oh, Gegner. Ja. Ja. Das unstilbbare Tutorial. Pokémon-Spieler können darüber nur unendlich aufreden. Ich habe einen schlechten Sahel. Ich bin ein schlechter Sahel. Ich bin ein schlechter Sahel. Ich bin ein schlechter Sahel. Aua. Ja. Oh, was ist mit den beiden? Oh, sind sie jetzt endlich in der realen Welt? Nein. Ja, das ist eine Art. Und ich denke, das ist wie die Evelin hat Tari. Warte. Was ist das? Hallo, neue Mitglieder von Sheridan Court. Für die Team Training, bitte holen Sie Ihre Kontrollen. Aua. Äh, ja. Aua. Das ist ja wirklich Sword Art Online. Es wird besser, als du warst, wenn du für Lux. Sheridan und du... Ja, das wird stoppen. Er ist zu weit gegangen. Hören Sie. Wir geben ihm nur, was er will für jetzt. Okay. Okay. Lass uns spielen. Ja, dieses Spiel kennen wir ja noch von... ...der ersten Sieben, glaube ich, war's. Doch, jetzt... Ich glaube, das war die erste... Da ist die erste... Das Spiel ist an Contour Strait, angespielt. Ja, er ist... Was? Lucinia? Lucinia? Lucinia! Es sind wir! Belle und Martha! Sheridan, was ist das? Es ist Battleblaze? Ich dachte, du kennst das. Nein! Warum sieht dieser Spieler aus wie Lucinia? Oh, er sieht nicht nur aus wie Lucinia. Es ist Lucinia! Oha! Ich komme zurück! Eine dumme, nervige Werbung! Jetzt kommen wir natürlich an den Teil nicht vorbei, weil es leider keine Premiere ist. SMZ Vorwürde mich dafür lieben, wieder zu cutten. Wenn er überhaupt cut... Sitz! Nobody cares Fixed Ist ein CPU In gewisser Weise im Moment So long Say something Please Congratulations Sheridan You actually did outdo Lux Oh yeah? How's that? It came out near our team Monster than he ever was Well I've interrupted your train I think you should all get back to it Jetzt sind sie im Game Na super Wait Are we supposed to play like this? Lucidia, now! Sie ist im Moment nichts anderes als eine ID Die dieses System von Ari nutt Ari, Tavi Ari war in Staff 2 Episode 5 dabei Sie sehen, wie groß ich bin Du bist in Gefahr! Du bist in Gefahr! Du bist in Gefahr! Ich versuche diese Warnung Ich fängt gerade erst auf, dass die Storbrats besser sind Du bist in Gefahr! Ich weiß, ich weiß! Stopp erzählen mir! Oh, das ist ein Mini-Boss Komm her, Lassi! Du willst aus dieser Isle? Kill den Stelanir und geh das Boot Wir sind hier in einem MMO Sie kann aber sehr froh sein, dass sie den Tantori Guy hat Ohne den werden sie jetzt hier in diesem Fall aufgeschüttet Der Wurf Der Skelett ist kaputt Sie ist weg Der FC so schnell They grow up so fast Ein Sambus over Oh nein Da ist sie schon Sie ist aus dem Panzer Wie ich schon sagte wo ist Goblins denn, wenn man ihn braucht Da ist es echt schlimm Dass ich gerade die selben Ohren habe wie sie Ja. Na gut, dann nutz mal deine Fortnite-Granate am Armut. Weg los! Oh, hier ist schon wieder der Roboter. Das ist natürlich jetzt echt mies. So ein kleines Schiff gegen so einen Wälzer. Das war so, als würde man mit einem... Einer will Pokémon gegen ein Hunderter Pokémon kämpfen. Hey, der Tertorio-Guy hilft! Ja, der Tertorio-Guy verteidigt natürlich seinen Bereich. Der hat doch gar keinen richtigen Move-Set. Der Kevin-Bot. Das war das erste Mal, dass das Tertorio-Guy echt geholfen hat. Das ist nicht mein guter Tertorio-Guy. Er war ein guter Guy. Auf jeden Fall. Er hat seine Aufgabe sehr stark erfüllt. Die anderen sind gekommen? Aber wie haben sie den überredet? Ach, dumme Werbungen. Macht euch bereit für die Minions. Die Tic Tacs hatten wir doch schon ein Thema, ist die vor. Können wir diese Flasche wegnehmen? Danke. Ich bin der Tertorio-Guy. Ein schöner Kostüm, by the way. Danke. Meine 10 Jahre waren sehr gut geholfen für dieses Set. Sorry, es dauert uns so lange, zu kommen. Aber wir kamen so schnell, als die O1. Hey, Tari, guck's dir! Ich bin der Robot, Rampy Totenberg. Natürlich hat ein Robot zu. Ich glaube, für kleine Charaktere gibt es den Robot zu. Hey, warte ein Moment. Warum musst du das Tertorio-Guy? Wir haben für den Premium Account boost. Wir würden das für dich getan haben, aber du warst schon in den Spiel. Sophia! Hey, Tari! Ich bin glatt, du bist safe. Wir versuchen, dich zu verabschieden. Wir versuchen, dich zu verabschieden. Aber keine Angst, dein Körper ist in gute Hand. Ja. Ja. Gut, Tari. Er. Als er gemerkt hat, er ist in seinem Lieblingsspiel, hat er wohl mitgemacht. Es ist sein Lieblingsspiel. Da macht er mit. Ja, ich bin noch nicht fertig mit dir, Spieler. Es gibt noch so viel, was ich dir erzähle, um zu erzählen, um das Spiel zu verabschieden. Das werde ich durch diese Werkzeuge machen. Ah, Evelyn, dir. Hast du die Fragments bekommen? Ah, nein, es gab ein Problem. Doktor, Tari hat ein Team, und ich fragte mich, ob... Du willst auch ein Team, nicht? Du wolltest immer mit der Hauptversorgungspielung spielen, richtig? Oh, ja, Lux stengelte das in front of my face for years and never delivered. Oh, nein. Hey, don't worry. Ah, der Lux hat Gefühle so langsam. But I grew, even though I was lost. Oha. Schade, dass wir diesmal mit Werbung leider voll gespampt wurden. Ich hoffe auch, die Audio ist diesmal komplett, denn ich hab's beim letzten Aufnahme leider ein bisschen vergeigt, aber... Ja, das war schon eine interessante Folge, und es macht natürlich Sinn, dass er jetzt mit team-upt, erstens Lieblingsgame, zweitens auch noch die Möglichkeit, ihn zu stürzen. Ja, momentanen Waffenstillstand macht da schon Sinn. Aber, hey, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Episode, die war schon natürlich was, dass es um 21 rauskam, deswegen Verspätung. Aber, hey, Hauptsache, wir haben's heute seitlich. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen, bleib sozial, lass da da. Und ich muss mir echt mal so ein Skybreaker-Outfit machen, aber ich bin gerade mit dem Sommer Fest-Outfits beschäftigt. Ah, mach ich danach. Bye.